Ich sehe, weißt du, ich wollte den erst nicht killen, ich gehe so mit dem Crosshair über seinen Körper, auf einmal steht da, yo, Kuso. Ich denke mir, yo, der muss sterben. Kuso, komm zu mir oder strebe ich mich. Ey, Gareth, würdest du nicht mal einen Traitor mehr machen? Ne, wollte ich. Kuso, man, verzieh dich. Lukas, wann hast du eigentlich das letzte Mal geschlafen? Warum bist du noch vor allem Pupp kurz? Um 9. Um 9. Von 9 bis 13. Ja, aber das ist richtig, du warst live, oder nicht? Ja, ich habe gestreamt, wie ich gepennt habe, Kamera war auf mein Bett gerichtet. Echt jetzt? Ja, ja. Du sagst ja nichts, ich hätte mir das safe gemacht. Jeder ist mit deinem scheiß Laserschwert da, Alter. Ach, Janne, du bist Detective. Tolga, lebst du noch? Was ist das denn hier, lol, Game, was geht? Ja, was geht, Junge? Ich bin geschossen. Du bist ein CS-Spieler, kann das auch. You're playing on Gary with Smodge. Enjoy yourself. Hi. Okay, meine ganzen CS-Mails hüpfen so rum. Annel, bist du immer noch am Kurbeln, oder? Bei mir lädt es doch, keine Ahnung. Ja, Türkei-Internet, oder was? VPN aus Türkei. Er lädt aus Türkei. Komm her, Kuso, du hast dich umgebracht. Ja. Dinger, ich getöte, du Affe. Das war's gut. Das war ich gar nicht. Kuso war nicht mal so aggressive, bitte. Weißt du, er schwingt am Laserschwert. Echt, der CT-50, das war ich gar nicht. Kuso ist Traitor. Du bist fucking DATE, du Affe. Ja, das war ich aber nicht. Und dann machen wir den Arskenner, komm. Halt, äh, könnt ihr mir einen Gefallen tun, beide Schüsse halten? Mach, mach, mach deinen Kack, den Arskenner. Wär eigentlich besser. Los, komm, komm ran. Ja, du warst das, Kuso. Dann bringst du ihn, dann bringst du ihn, fucking, heu zu sein. Wo bleibt eigentlich, der Rindmutter, hä? Exklusiv wurde angesnappt. Das, was ist das? Kuso, was ist los, warum hurt? Was? Warum du hurt bist? Ich bin gerade runtergefallen. Achso, was? Nein, der ist, der ist Kuso, das ist 100%, Alter. Ich bin damit so süß. Warum denn? Warum denn? Irgendjemand hat dausend schon krust. Er hat sich eben getötet. Ey, wer befiegt mich hier? Welche Art ist das? Hä? Was ist das? Wem muss ich umlegen, hä? Ich bin mal wieder aggressiv von seinem Weg, ey. Ich bin mal wieder aggressiv von seinem Weg, ey. Ich bin sie deutscher? Jo, da hinten in der Ecke, wie heißt der Laveleed oder so, wer ist das? Enes. Also Laveleed, Mann. Enes ist das, ja. Ach, ich find's nicht. Nein, du bist es nicht, hast du gerade alle weggemacht, die hier stehen. Nee, du hast noch gerade alle. Du, Enes ist eh. Ey, ich hab niemanden weggemacht. Und kann man für alle Kollegen mal bitte den nehmen, sich killen, danke. Enes hat bestimmt noch eine hohe Elo erreicht, der Typ ist mir jetzt so krass. Der hat gerade irgendwie drei Leute oder vier Leute, die hier rumschauen, einfach weggemacht. Enes, was war dann höchst, erzählst Goran, DMG? LLM, nein, LLM. Was? Ja. Echt? Mhm. Ah, als ich nicht gespielt habe oder als wir nicht zusammengespielt haben, auf jeden Fall. Ach du, Heiligo. Ja, auf Trier halt, weißt du? Keine Ahnung, mit Aki und so hab ich da gespielt. Ach, von Liegstum. Ach, Leon. Ja, ich glaub, es war in deiner Pause und da, wo die Dinge noch easy waren. Ja, ja, in meiner Pause, kurz bevor ich aufgehört hab. Janik, was machst du da? Ey, wo ist der überhaupt? Ey, was soll das denn? Ey, mein Thema ist einfach ein Bot. Ey, die fucking Tröteaktivität, selbst ich seh nicht. Ich bin Zuschauer. Ich glaube, Kuso ist mir da so sicher, ne? Junge, ich bin tot, du Affe. Scheiße, Mann. Warum redest du denn? Ja. Der hat das Spiel gerallt, Jungs. Der hat das Spiel verstanden. Der hat einfach dein Maul. Versteh ich nicht. Scheiße, Mann, hoher Sohn. Pohoho. Der läuft schon nicht, das ist mein Trader-Kollege, versorgt ja alles. Ach, komm, jetzt mal. Der Typ haut einfach raus. Scheiße, Mann, Leute. Ja, guten Tag. Volker. Jungs, ich muss morgen arbeiten, mach mal, ja, zeig dir mal, Alter. Volker. Ja, ich arbeite. Volker. Ja? Was ist gerade? Kuchenwohnen. Mann, ey, ich hab Enes so vertraut, ne? Ohne Witz, in Counter-Strike Enes okay. Aber hier in Dingens, scariest Mod alter Global Elite. Warum vertraust du dem denn? Ja, kann ich, ich bin vorbeigelaufen, plötzlich tot. Ja. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht, so. Ich dachte mir, ja, gehst du kurz hier vorbei, so. Ich seh so alle tot umgefallen, dann steht der Typ da so in der Ecke, weißt du. Ich war's halt nicht. Nee, okay. Weil er sagt so, ja, kann mein Traitor-Kollege mal eben killen, so. Ja, ey, wirklich, komm mal mein Traitor-Kollege. Ja, Leon ist aber auch im Lacken. Ja, ich bin fucking Hinnos, ja. Ich glaube, ich bin nicht mit Leon Traitor-Ding, wäre ich würde ihn hier schießen. Oh, nee, Kudos. Kudos, geht's, geht's, geht's. Mach mal diese Musik oder was auch immer da aus, hallo. Kann man nicht auswachen, du Affenkopf. Also, finde ich, look. Ja, das war irgendeine Musik im Hintergrund von irgendeinem Typen, Alter. Hä, ich bin am Fliegen? Ja, ich bin am Fliegen. Oh, sorry, Herr Detective. Ja, hier, wer auch mal vor mir steht, bitte. Wir random killen. Ja, Moment, bitte. Gut. Was ist das denn, Abstand zum Stellen? Es ist ein Traitor jetzt. Ah, Tollga, was ist das? Äh, wenn es ist exquisit. Alle, Alter. Ich glaube, einer ist gestorben gerade neben mir. Kudos, Traitor. Er ist das, Alter. Boah, Alter, ich sette Pokémon K.O.F. frei, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf. Okay, okay. Dann nicht, hört mir nicht zu. Ey, du nassst, Alter. Geht weg, Alter, ich töte euch. Ähm, Tollga, Tollga, ich glaube, Tollga ist es. Der aimt ganz komisch auf mich. Er ist ein Traitor, ne? Wieso? Ach, meins. Warum sollten es drei sein? Weiß nicht, die alle haben rumgeheult. Die wollen mehr Traitor. Ah, Pokémon, äh, Pokémon hat mich fast getötet. Ja, weil die mich alle anschießt, wegen Kudos. Wurde es KOS gesetzt, bist du blöd? Ja, ich hab hier Kudos nichts gemacht. Ich hab ihn erst mal geschossen. Ja, du gehst mir voll auf den Sack, Alter. Ja, das ist heiß, aber kein KOS-Grund, Alter. Okay, einer von, also es gibt jetzt drei Traitor, oder was? Äh, warte, Jungs, ich muss mal kurz was nachlesen, warte mal. Kann das jetzt mal einer bestätigen, oder nicht? Ja, es gibt drei, ich stehe im Chat. Äh, äh, also du liest jetzt kurz was nach, oder du machst da jetzt hier Traitor-Shop? Nein, äh, Helge hat mir geschrieben. Ja, du stehst aber hinterm Baum, ganz, äh... Ja, damit, ja, du beobtest mich wieder, ne, Lukas? Ja, klar, ich weiß nicht. Äh, da hinten kam Friendship-Beam. Ja, der war jetzt von dir, oder was? Hey, Lukas, du hast mich doch die ganze Zeit angeguckt, du hättest doch gesehen, wenn ich den geschossen hab. Äh, Helge ist tot und Madness Xero. Ja, Helge hat mir eine Xero. Lukas, guck mich die ganze Zeit an, der hat ein Friendship-Beam, ja, der ist von dir. Ich truste dich absolut, Mann. Ich truste dich. Ich bin gleich tot. Du bist natürlich auch schon... Da oben ist einer drauf. Da oben ist einer halb tot auf dem Dach hier. Ey, das hört ihr mich? BK Logan. Logan, ach, Leon, nicht Logan. Holger. Ja, du... Hä, hä, was war das? Ähm. BK Logan. Da war ich voll grad sagen. BK Logan angeschossen. Ja, abgeschossen. Von wo? Weis ich nicht. Na gut, du bist... Ach nee, wer war da? NEEEEEEE. Alle verrecken. Keiner hat' mehr Bock, alter. Kann man verstehen. Ich liebe TTT so sehr ne. Also wirklich jetzt Retalk. ich auch weil er sich so lieb haben ja das ist nicht so wichtig ich hasse TTT besonders den Gym und einfach weil du da aimen kannst wie sonst und trotzdem triffst ich meine du Kuso heißt und du Lukas heißt das Maul Junge immer wenn ich DT bin im Pokémon Kao heißt ne ok ich meine ich DT bin Kuso Kao heißt Helfest denn hier ah für mich hat es gerade geleckt mir auch wie ich wusste alter und dann auch noch bei Leon wusste ich auch als er da auf dem Dach stand wusste ich schon gleich fliegt wieder die Taube und dann konnte ich nicht mehr ausweichen weil du da sowas von in der Ecke drin stand als ob du danach ja klar als ob Junge doch ja als ob ich direkt rein als ob ich direkt antworte mitten im Game als ob ich als ob ich wenn ich wenn ich nicht also ich werde zu erklären aber als ob ich direkt als ob ich direkt antworte wenn mir jemand anschreibt ja pass auf ja pass auf Lukas Helge hat sich bei mir beschwert dass er folgt von den einfach ohne Grund erschossen hat das muss du mitten in der Runde klären ja wenn er mich da so zu spammt ja Helge was sollen das aber auch ich möchte mal sagen exquisit echt ehemlose Aktion soll das äh ja danke für den random kill du dummer Hurensohn naja hey ich bitte dich Helge du bist mutig reiß ich mal bitte ein bisschen zusammen Helge du bist mutig was wisch das? random kill? exquisit? Helge ist mutig ich höre ihn rumschreien drum ja ich habe ihn KOS gesetzt weil er ein Bastard ist deswegen schluss was ist raus Lukas und Entschuldige mich ich bin ich ich bin ich ich bin ich hey chill mal chill mal hallo 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 chill mal gut ne chill mal hey ich halte euch ne Waffen in der Hand weißt du hier Baumlord und ähh ja was anderes ich se die nicht ich sehe die aber mir echt nicht was du ne Waffen jetzt hast du exquisit ich werd ich jetzt immer rumbringen ne immer ist mich halt egal ja du bist wohl halt die Klappe Junge du ich hab nichts gemacht du erschießt mich du behinderter du hast mich angeschossen behinderter ne komm ich eigentlich runter ohne zu sterben oder wie egal Jungs ich muss auch tschau ne tschau 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 also immer wenn ich Lukas sehe dann verstehe au aua ich wurde beschossen 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 Annel wo bist du überhaupt du bist immer noch da Leute da sind zwei Lukas 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 ja schon wieder drei auf mich oder was da hinten ist so ein Ding lol ich glaub hier fliegt einer hier fliegt einer lol da fliegt echt einer wieso wieso darf der fliegen achso hey achso du bist hier du bist hier die die Detektiv alter ich kann nicht mehr reden alter WTF ja es ist zu spät oder es zu wenig schlafen die dehnern alter vor allem dieser Wichser jumpt hier auch die ganze Zeit rum ne der macht einen richtig nervös das ist wahrscheinlich so diese Taktik das ist so die Taktik die man hier wahrscheinlich fahren muss so ja soll ich jetzt das machen ja ich mach nur die ganze Zeit so dann kannst du mich auch nicht treffen aber Enes macht eh wieder One-Hits Lukas du bist jetzt eh ich machs eh wieder One-Hits aber ich frag mich wieso du den nicht in den Kopf getroffen hast hey du fährst wenn es ihr beide seid alter ja hab ich wen in den Kopf getroffen ich frag mich halt lol hier ist noch einer hier ist noch einer hast du dich so richtig dass der dich direkt hat nee Kuso ist hier der Wichser ja den hast du angeschlossen alter fährst du dich ganz schnell was ist denn eigentlich mit Dingen Anel oder wie der heißt Kuso irgendwas zu spielen ist echt mal übern Trim-Champ hallo wer ist denn jetzt überhaupt schon safe tot was ist ja Pokemon also Janek was ist denn mit Anel nur Pokemon ist das ist doch ein Lappen aber was mit Anel warte mich schreibt auch einer an soll ich direkt dreh soll ich jetzt direkt raus tappen oder was ja oder ja mich hat auch jemand angestiegen ja ist voll und ich hab ihn getötet weil ich hab immer noch einen aus dem Karma und du bist der mit dem 932k ich glaub beide ey warum bist du badgerounded hä warum denn ich ja kill Lukas sofort oder ich kill dich warum hey Lukas aber geschossen warum ist denn hier noch einer ja hab keine Waffe killein pass ja ich bin auch dabei ja was denn ich möchte kurz anmerken dass diese ich hab ne fucking Ne ich hab ne fucking Negev und hau 300 Schuss rein nichts passiert ja sorry Lukas ich bin vom Turm gefallen gestorben hast du mir zugeschaut wieso ich hab einen Acker guck... guck mal im Stream ich hau 300 Schuss in einer Person nichts passiert ja . macht die 0,5 damage pro Patrona oder was Das ist halt ein Negativ, ne? In CS du bist One-Hit, Alter. Ja, auch gut. Ja, in CS ist das auch Laser, Alter. Einfach vorbei. Warum muss grad Yannick eigentlich... Ach ja, es ist... Es ist... Exquisite K.O.S. Weil er ein Bastard ist, ne? Find ich gut, Alter. Ja, exquisite, wo bist du? Exquisite, wo steckst du, Alter? Du bist nicht. So. Oh, er war ja auch Trader wie ich! Huch! Ey, warum müsst ihr euch biefen, Alter? Ich schläf mich gleich bald. Den einen K.O.S. war nicht so gut, Alter. Find ich geil, Alter. Das ist ein Spiel, kein Leben, Alter. K.O.S., ne? Bei Overwatch, Alter. Das Gefühl, ich bin in den Kindergarten. Hab ich auch immer. Sagt der, der immer rumschreit, Alter. Was geht, Holger? Verpiss dich nicht schon. Weißt du, stellt euch mal K.O.S. so im Kindergarten als Kindererzieher vor, Alter. Die Kinder wären tyranisiert, Alter. Äh, ja, Enes ist es, Enes ist es. Ne. Du hast doch auf mich geschossen, du Vogel. Du hast auf mich geschossen. Wenn du es wirklich nicht bist, dann sorry. Dieser Controller. Da fliegt schon wieder einer? Ich bin ein Vogel. Also Lukas hat gerade geschossen. Ja, lass mich kurz konfirmen. Ja, Enes war es wirklich. Ich habe ihn gekillt. Und der andere, ja, Kuso ist dann der andere. Ich glaube ja, Ande. Weil Kuso hat glaube ich auch auf mich geschossen. Ah fuck, Ande ist ja auch noch da. Jungs, ich bin Hilal, ich bin Hilal. Was ist das hier? Hilal, Manni? Ja, ich bin denk... Hat er eben nicht gesagt, ich hab... Tut dich dich, Traitor, irgendwas irgendwas... Ja, deswegen dachte ich ja auch, dass... Dass Yannick Traitor wäre, aber er ist anscheinend Detective. Ja, ich hab Elektrius getötet. Der war Traitor, Alter. Leute, warum ist auf einmal Tag? Oder war das jetzt nur bei mir? Baumlord, kannst du mal kommen. Ach toll, der ist auch noch da, Alter. Ich bin hier mitten im Crossfire. Wir freuen uns auf Ende. Wenn der uns snipet, dann sind wir tot. Anne, lebst du noch? Wenn der uns snipet, dann sind wir tot. Ich leb noch, ja. Warum? Bist du das dann im Grün? Da ist gerade einer gestorben, glaube ich. Da ist gerade... Also Lukas, ich kanns bedauern. Oder war die Leiche da vorher schon bei dir, Anne? Der wurde gesnipet, der wurde gesnipet, glaube ich. Ja, dann... Warte mal. Dann muss es ja... Hey, wir waren doch... Wir waren doch aber alle hier? Ja, ich glaub, der wurde gesnipet. Es sind nicht nur vier Leute da weglaufen. Ich glaub, der Typ wollte eigentlich mich treffen, oder? Ja, Lukas, du hast einen Sniper, ne? Warte mal. Lukas und Anil haben eine... Ich... Hey, Lukas, Lukas... Hä? Ich bin an dem vorbeigelaufen und Lukas war's nicht. Lukas und ich haben uns angeguckt. Ich hab... Vor allem hab ich Enes gekillt. Aber Tim war nicht bei uns. Ja, ich hab aber keine... Da ist einer gestorben. Da! Der ist nicht bei uns. Das ist... Ich hab aber keine Sniper, Mann. Ja, deswegen ja. Der ist nicht bei uns. Obwohl, du kannst auch den Sniper wegschmeißen. Hallo? Hier flog gerade ein Laser, Alter. Ach, das ist der schon wieder, Alter. Boah. Das ist schon wieder, Yannick. Da wurde grad irgendjemand gesagt schon wieder... Ich glaub, der Detective. Boah, ihr wollt nicht, dass ich gerade... Hört auf, hier zu snipen. Der Anil hat, äh, Schaden genommen. Ja, weil mich Lukas angeschafft hat. Aua, Aua. Ich weiß nicht, was du hast. Wenn Tim tot ist, dann musst du einfach hoch. Anil, 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 Anil. Nein. Anil, du Hund mit deiner scheiß Feigleiche. Weißt du? Ich hab mir gedacht, ich... Irgendwie weiß für Anil ist und der Detective guckt mir einfach so. Er hat mich halt noch angeschossen. Ich guck dir... Ich hab voll erwacht, dass die Dapze... Vor allem, weißt du, was das lustige war? Er schickt bei mir den Crow-Bow und er schieft mich einfach. Ja, vor allem, Anil ist da in so einer Hecke drin, weißt du? Er ist ganz alleine. Plötzlich spawnt neben ihm eine Leiche und ich denk mir so, yo, was ist hier los? Das war so'n Explode vielleicht, ich hatte irgendwer von euch wütend. Ja, Luca hat uns gestorben. Ja, Luca hat uns gestorben. Ja, Luca hat uns gestorben. Luca hat uns ja konfirm gelaufen. Ey, ich hab keinen Bock auf Data, Alter. Ohne Mist. Mann, was ist so auf Data? Du so, Alter. Also, jetzt hast du ihn schon... Zack, zack. Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Ich werde eingeschossen, ich schieße Kisten auf. Ich schieße Kisten auf. Ich schieße auf Leute. Ich wurde eingeschossen. Ich schieße auf Leute. Ich schieße auf Leute. Keiner schmeckt mir so wie dieser. Ey, wer wurde eingeschossen? Ich wurde von irgendwen angeschossen. Ja, Lolli. Oh nein! Ja? Okay. Was ist? Ja, Dingens, ne? Versteh ich schon, ne? Ja, du verstehst schon. Ich seh absolut gar nichts hier. Geht das auch nochmal? Das geht weg, ne? Hä? Er sieht bedrohlich aus. Okay. Hör ich öfters. Du bist hochgegangen? Nein. Du bist an mir vorbeigelaufen. Hier, hinter dir. Ich warte, warte, ne. Geht das auch nochmal irgendwann weg? Geht das auch nochmal irgendwann weg? Hallo? Geht das auch nochmal irgendwann weg? Willst du 1-1 oder was? Es nah hat den Toren. Tim, der hat sich gut... Äh. Fuck. Pico? Äh? Nein, nein, nein! Ich war nicht! Irgendjemand schießt auf Lolli. Lolli. Hä? Ich hab gar nicht. Das war Helge. Du hast geschossen aber darauf. Ich hab's doch gesehen. Ich hab's doch gesehen. Warum darf dieser Mensch eigentlich noch auf diesem Server sein? Du verstehst nicht, Alter. Luka? 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 Ne, ne, ne. Ne, der Dritter Junge. Ja hier, ich hab's gewusst. Du wirst, du schiebt also nicht ohne Grund, du du modul in so Alter. Also ich mein, ich wollte jetzt nur so sagen, aber doch... Wurdes eigentlich als Beleidigungse? Ne, ne, ne. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Blitz für den Standorten die Städte und die Städte die Gute oder ja okay also weil die Beute der Beute was erweckt wie der Druck oder ich bin ich bin ich habe allein ein Bucke wollen Lofel er wurde ein bisschen mehr mit der Abwürdigungen oder dort wird es ist Was macht das Ding hier? Ja, du siehst, ey, ich schieb den an Mann, wo ist dieses dumme Dinger eigentlich, ey? Ja, ich hab sechster Thema Ich hab sechster Thema Ja, stell mal vor, du hättest gut Ich, ich wär... Mein Höllchen war roter als der Tampon von Nico Junge, ja, Pokémon ist es, Pokémon ist es Aber Pokémon kann nicht aim Ey, hä? Warte mal Jungs, Jungs, warte mal Warte mal, wie heißt es Du labern hier, Alka Anil oder so, Anil? Ey, Kusus, oh mein Geh, Mann, chill Ich hab mir riesiges Spaß gemacht Ich krieg das hier auf die Kette Warte mal, Freibade, warte mal Anil, warte mal Ja, was denn hier? Ja, pass auf, ich saß so zu dir Ja, der hat Enes erschossen Als ob du jetzt mal ne Knarre hier geknarrt hast, Alter Das Ding hab ich auf ihn geschossen Loll, hier ist so einer Leute, Anil glitscht bei mir so richtig rum Hört mal jetzt auf hier Ja, Kuso Ich brauch doppelte Personenschutz, Alter Ja, ich komme Ja, von wem? Ja, wieder blaue Scheiße hier wieder Ja, Alter, ey, wer war das? Komm her, ich... Scheiße auf dir, Alter Ohne mich Es ist Niko, 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 Niko Boah, Alter, das ist die schlimmste Trage der Falle der Falle Moin, Moin Hallo, hier geht's runter Ist hier Ende? Hier kann doch nicht Ende sein Anil, ich bin safe Achso, hier ist der Weglob Was denn? Wer ist KOS nochmal? Ja, ex... 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 Ne, der ist schon tot Ich hab... Ich hab... Ich hab...